und damit hallihello meine lieben herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge snowrunner wir sind zurück vor unserer garage oder eigentlich vor bugs garage auf der karte big horse switch von der mod snack to free run der plan für heute ihr seht so oben rechts schon wir machen big horse brücken check das war der auftrag wir müssen die wichtigsten brücken überprüfen mindestens eine der brücken wird vermutlich den bach hinuntergegangen sein ich glaube es mehr als eine genau wir suchen die städte kürz die losbültige und die spoonbridge die spoonbridge machen wir gleich als allererstes danach machen wir die snacktooth bridge und die lostbridge machen wir nachher ganz zum schluss parallel machen wir noch die aufgabe ist das hier genau liefere zum westlichen ende der spoonbridge stämme damit kriegen wir ein lagerhauszugang bin ich mal gespannt wo ja das heißt wir sitzen hier im royal bm haben daneben den fliezer der hat den ladekran den haben wir ja beim letzten mal quasi organisiert und da fahren wir jetzt mal los unterwegs fahren wir kommen wir an der ersten brücke ja schon vorbei und dann sollte das laufen so denke ich mir das zumindest ich wollte die differenzialen sperren nicht ich wollte den da hinten ticken wir da ran ziehen so ist guter abstand würde ich sagen gut dann machen wir hier einen hochgang rein und ziehen wir also das zudem zudem hat sich für mich so ergeben ich denke mal der royal bm ist ein bisschen kräftiger der hat jetzt auch die erhöhte federung drin ja kommt mehr nicht achso doch und hier das schiffchen habe ich ihm diese luftansorgrohe habe ich ihm gegönnt das habe ich ihm noch gegönnt also der sieht auf jeden fall ich kann das hier auf der karte immer so schlecht einschätzen ob das allein original drin ist oder nicht ich habe den roll bm aus schon so ewig nicht benutzt ne eigentlich ein stabiles fahrzeug vielleicht muss ich den mal wieder auch im normalen spielstand irgendwie mal auskramen so rückspiegel funktionieren beiden seiten das ist sehr schön ja gut die brücke haben wir schon gesehen ich glaube die einzige brücke die wir noch nicht gesehen haben davon ist die im nordwesten also ich glaube das ist die lost bridge ist die einzige die wir noch nicht erkundet haben so hier brauchen wir eigentlich auch nicht viel machen immer kurz durchfahren echt millimeter zu weit links na lass mich darüber aber ich glaube wir kommen so aber nicht rum sehr schön genau dann heißt wir werden gleich mit dem roll bm da zu der stelle fahren wo wir das holz aufladen müssen laden mit dem fleetster das holz auf und dann werde ich mit dem fleetster weiterfahren zu der anderen brücke kurz erstmal bevor wir mit dem roll bm und dem holz dann hier zu der brücke zurückfahren wo wir das anscheinend abliefern müssen so habe ich mir das in meinem kopf vorgestellt und dann nachdem wir das abgeliefert haben können wir mit dem roll bm kurz nochmal zu der anderen brücke fahren und dann haben wir einen auftrag und eine aufgabe heute erfüllt das ist so zumindest der plan wie gut das alle dummer aufgeht ne ihr wisstet selber weiß man nicht das schöne an der ganzen geschichte jetzt hier unten ist ja wir können diesmal hier auch holz verladen auf einer relativ geraden straße das heißt ich kann den roll bm da rückwärts am fein stellen stell den fleetster daneben kann das holz in aller ruhe aufladen also das wir da denke ich hoffe ich recht wenig probleme haben gucken wir mal das neue mission moment die gerade entdeckt äh verrückt so rückweg nachher nochmal gucken ob ich da irgendwo im marker sehe aber das war jetzt zumindest nichts gesehen von auto im dreck oder so was uns da einen hinweis gibt nö gut machen wir es doch da liegt das holz stopp ne 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 bitte ein stück zurück nochmal motor aus truck wechseln und dann gehen wir in den kran modus ok wechseln zumal abit wenn ich den kran jetzt wieder hersteller dann nehmen im moment wir haben die stützen nicht ausgefallen funktioniert halt wenn wir die winde jetzt lösen erstmal hier kurz einmal auf dann fällt der erste nämlich schon quasi von alleine da rein daneben gegriffen jetzt aber wir schieben uns ein hartes stück hier weg was mache ich hier gerade schon wieder absoluten quatsch dann legen wir erstmal kurz ab dann muss ich mal einen meter nach vorne fahren so ist doch gut so dann hoffen wir dass wir den hier noch gegriffen kriegen natürlich auch wieder die maximale auslegerbreite legen wir den erstmal hier hin wir haben den nicht mehr dicht gegriffen da gucken ob das trotzdem geht oh das ist doch schon fast gut ich leg den trotzdem noch mal ein bisschen gerade hin irgendwie ist das nicht gerade im moment ja wird schon passen guck mal ja guck mal bei dir raus so das heißt so das heißt sehr schön gut das heißt wir können hier den kram wieder herstellen und dann fahren wir zur lost bridge ne zu snack to the bridge also quasi hier einfach den weg hoch und gucken mal was da so geht bei der hochgang wackelpinguin finde ich cool so er ist echt ein bisschen langsam ne egal wir haben Zeit würde ich jetzt mal sagen ich glaube wir brauchen nicht so lange wieder zurück und wie gesagt wir müssen da ja anscheinend nur auch einmal hin fahren das sollten wir schon irgendwie noch hinkriegen so der auspuff wackelt hier ganz schön im rückspiegel na komm jetzt wird mir gerade ein bisschen langweilig jetzt wollen wir mal gucken wo wir ja auch noch ein bisschen schneller unterwegs sein können mit ihm so da ist doch die andere Brücke so immer doch wieder an den hochgang ja ne sieht jetzt auch irgendwie ein bisschen unfertig aus sag ich mal also meine professionelle Meinung dazu ist dies nicht passierbar weiß ich habe das nicht studiert aber ich schätze das wird so nischt gut genug quatscht hier wir fahren mal holz abliefern ich mache so lange erstmal die aufgabe an welche waren das vor der der hier ne zack so fangen wir hier ein bisschen holz durch die gegend wird ein bisschen wackeln ich hoffe aber dass wir jetzt nicht so ultra kipp anfällig sind und dass wir da eigentlich ganz gut jetzt hier mit vorankommen das ist mir ein bisschen zu fix geh da mal lieber in den Lastgang das Tempo ist doch schon besser sobald wir oben am Hügel sind kann ich glaube ich auch gerade raus machen aber hier bergauf lasse ich mal lieber an einfach damit wir besser vorankommen was bisher auch ganz gut funktioniert ich wette wenn ich hier weiter am Hochgang oder am Automatikgang geballert wäre hätte ich den hundertprozentig auf der Seite gelegt 100 pro 100 pro wie gesagt der hat ja jetzt auch die erhöhte Federung das heißt der ganze Schwerpunkt ist wieder ein bisschen höher und dann hier Holzaufbau hinten drauf bei meinem Können hätte ich den hundertprozentig umgekippt gut aber bisher sieht das so weit doch vertretbar aus gut die Höhe haben wir ich hab gesagt alle ratten aus bisschen Sprit schon fahren und besen wir jetzt hier einfach noch den Berg runter ganz gemütlich nee das war eine knappe Kiste das war eine ganz knappe Kiste das war eine ganz knappe Kiste ich hab den dann bewusst auch frontal gegen den Baum gesetzt weil ich dachte die einzige Variante ist wenn wir jetzt gegen den Baum kacheln wirst wir da irgendwie stehen bleiben hat funktioniert ob das jetzt daran lag sei mal dahingestellt gut Frachtverwaltung einmal kurze Stämme äh äh Fred's Logs ist wieder im Geschäft obwohl die Spoonbridge nun provisorisch abgestützt ist sind weitere Arbeiten erforderlich bevor sie wieder geöffnet werden kann Lagerhaus ist jetzt verfügbar Lagerhaus ist jetzt verfügbar Belohnung 3000 Cash komm mal hin so wo ist das Lagerhaus welches Lagerhaus wo ist das hier wahrscheinlich ne Fred's Logs steht zumindest da Können wir ja mal kurz hoch fahren so und oben hat es auch schon wieder umgeswitcht auf den Big Horse Brücken Check Auftrag so ich glaube wir müssen hier rein ne Gucken wir doch mal ja 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 äh wir haben hier nur kurze Stämme ok puh das ist schon mal gut nicht so viele verschiedene Stammarten das ist sehr gut ok dann machen wir uns auf zur Lost Bridge noch ähm die war ja von hier aus gesehen jetzt im Moment welche rechte Farbe gehört so ein bisschen Süd ich glaube im Osten da müsste Osten sein so gut da fahren wir noch einmal hin die gucken wir uns an begutachten auch die und dann haben wir den Auftrag auch hoffentlich zur Zufriedenheit unseres Auftraggebers erfüllt das kann ich hier was wir was wir genau kriegen ich glaub das nur so ein fast so Auftrag ist wie gesagt hier ist ja vieles dann auch hinter Aufträgen oder Aufgaben halt noch verschlossen siehe diese Brücke da unten die haben wir jetzt schon angefangen aufzubauen quasi aber sind damit nun gar nicht fertig das heißt da wird nochmal irgendwo ein Auftrag sein oder eine Aufgabe die wir dann noch machen müssen äh wieso fahr ich jetzt eigentlich unten lang ist egal immer ein bisschen den Flusslauf begutachten ähm wo war ich gerade ja so genau und äh die Aufgabe müssen wir dann irgendwann nochmal finden also es ist vieles was hier gelockt ist äh dreist hier hat man auf jeden Fall eine Menge zu tun und auch eine Menge Zeit die man hier in die in die Karten rein investieren kann also wer zwischen den einzelnen Karten halt immer ein bisschen zu viel Zeit hat kann sich ja mal überlegen ob er die macht damit kann man glaube ich ganz ganz gut Zeit vertreiben bei vier Karten so so Brücke Nummer 3 äh Spoonbridge und beide Segmente der Snacktoothbridge ich werde Heavy Reef2Works anrufen um die Reparation zu verändern aus für uns springt bestimmt der ein oder andere Transportauftrag dabei heraus so klingt doch gut das klingt doch gut so können wir ja schon mal gucken ich wende hier schon mal verdammt so so wollte ich nicht wenden so wollten wir wenden zack und es fängt an zu regnen gut Modo machen wir schon mal aus dann gucken wir mal was jetzt hier wo der dazu gekommen ist achso ich habe auf dem Heavy Reef2Works wurde anrufen mhm aber da haben wir noch gar nichts hier kann man auch noch nichts machen geschäftliche Expansion äh ich würde die Fritzu Bugs Service den Versorgungsanhänger und dann sagen wir zu Bugs Service den International Trendstar liefern und damit kriegen wir auch nochmal einen Trendstar ja ich würde sagen das ist dann so unser Plan für das nächste Mal oder? haben wir ein bisschen was zu tun äh weil ja heute würde glaube ich nichts mehr das heißt wir machen an der Stelle Schluss sehen uns dann beim nächsten Mal wieder starten dann vermutlich wieder an der Garage das hat glaube ich Sinn wenn der Versorgungsanhänger da steht und dann fahren wir den hier durch die Gegend in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten habt noch einen schönen Tag hauterein bis dann tschö tschö dann ein dann Untertitelung des ZDF, 2020